so das ist jetzt zwölf steinbrüche 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 12 theoretisch könnte ich ja hier noch was dran bauen das müsste eigentlich auch zählen na gut nicht wirklich nur innerhalb von diesem gebiet dann hier komm ich will das jetzt hier übrigens ausbauen so es müssten das ja 15 sein genau so das heißt der braucht jetzt 20 na gut ich möchte ja damit das eine gerade summe wird wo ich einfach noch mal ein steinbruch sonst ist das eine krumme zahl ich komme ja gar nicht weiter interessant das problem ist jetzt ich komme das gar nicht hinter gut hier könnte ich noch einen hinstellen höchstens ja gut dann müssen wir erstmal hier noch in hin jetzt haben wir 16 genau und das heißt wir müssen jetzt bloß 3 drei wagons noch dran pappen das machen wir das machen wir direkt was sind das für wagen dt 10 wagen na ja bleiben bei denen so 320 weil ein ein wagen geht 40 und die ein dings braucht ja ein steinbruch braucht ja 20 mitarbeiter bei 6 9 reichen drei wagen abfahrt ich weiß meine mathe kenntnisse werden manchmal ein bisschen komisch beäugt aber das müsste jetzt stimmen so gut jetzt wird er an die stein oder haben kein werkzeug ach so weil die ja noch nicht bedient worden sind so jetzt hoffe ich mal dass hier dass die jetzt hier konstant mehr stein produzieren können aber es ist doch hier guck mal es wird ein zug voll der fährt draußen und wenn der kommt schon wieder ein neuer also da ist doch eigentlich ein konstanter nachschub da aber irgendwie das scheint trotzdem nicht zu reichen um hier mal so ein kleben mal so ein kleben links zu haben und dabei haben die steinbruch züge schon das express gleis wo die ohne probleme durchkommen jetzt geht es ein bisschen aufwärts hier jetzt werden nur noch diese blöden lehmziegel hier stärken da hier kommt jetzt der werkzeugzug oh das grad leer oh an welcher stelle ist der jetzt grad also ist oh Ah, okay, ich verstehe. Dann ist das da schon leer. Oh. Das ist natürlich blöd. Wenn der da schon leer ist. Ich mache ja mal die 60 Sekunden raus, dass der immer voll macht. Und dann würde ich ihm vielleicht doch noch mal einen weiteren Hänger hinten dran packen. Achso, hier steht noch das Signal. Das müssen wir erstmal wegreißen. So. Ich überlege gerade, ob ich das für die Werkzeugverteilung... Ja, das sieht auch nicht gut aus hier. Dem hängen wir auch noch mal einen Waggon dran. Und sagen ihm dann, äh... Nehmen wir hier auch das raus. Dann macht er auf jeden Fall, glaube ich, immer voll, ne? So, hier haben wir eine Markenaufwertung. Boah, ich war in der Lagerhalle. Ich mache einfach das jetzt hier so fettig. Nicht genug Arbeit. Deswegen ein Arbeitermangel. Was ist denn hier schon wieder los? Ich baue jetzt mal hier das Bahnhofsviertel aus. Da fehlt eigentlich dann noch ein Puff in dem Spiel, wenn es ums Bahnhofsviertel geht. Einfach, dass hier nochmal ein paar Arbeiter rankommen. Die Attraktivität der Siedlung ist mit 1,22. Jetzt auch nicht so geil. Ändert sich das, wenn ich einfach hier in diese Freiflächen übelste Bäume rei... Oh, komm mal, schon ist es bei 5,5. Ui, na dann. Kann man hier auch so eine Hecke so sparen. Oh, das geht auch. Sieht aber blöd aus. Komm mal, 8,3. Einfach nur durch solche ein paar Bäume ist die Attraktivität so dermaßen angestiegen von der Siedlung. 9,9. Jetzt müsste es doch die übelsten Leute anziehen hier, oder? Aber er meint schon Arbeiter, ne? Genau. Er meint schon Arbeiter, weil hier... Na gut, die sind eigentlich genug drin, aber ich baue das jetzt nochmal ein bisschen aus hier. So, jetzt habe ich natürlich ungünstig gebaut, dass dort Lücken bleiben. Na gut, da kann man auch wieder irgendeinen Park reinstellen. Bäume. So, jetzt haben wir fast eine Attraktivität von 10 geschafft. Das ist ja lustig. Könnt ihr das hier auch noch ein bisschen ausbauen hier. Dass hier wirklich ein Trennungsgrünstreifen ist. Ja, die dreckige Luft, äh... Jetzt haben wir 14, haben wir schon. Eine Attraktivität von 14, das ist ja irre. 15. Jetzt kann man schon nochmal gleich 20.000 Einwohner kommen. Das kann man doch bestimmt noch mehr, äh... Übertreiben, wenn man jetzt mal hier nochmal so einen grünen Streifen hinzieht. 20. Yeah, und schon haben wir eine 20er Attraktivität geschafft. Toll. Krass. Dass das einfach, dass das so einfach geht. Wäre aber immer noch das Problem, dass hier kein... Dass hier die Produktion zu niedrig ist. Achso, weil die hier einfach nicht an... Hier kommt einfach nicht an gerade. An Werkzeug. Wahrscheinlich müssen wir erstmal eben mal warten, bis der... Äh... Bis der... Werkzeugzug, äh... Wieder... Ankommt. Na gut, okay. Okay, gut. So, jetzt muss ich gerade kurz lachen, weil ich hatte mir keine lustige Nachricht gerade aufs Handy bekommen. Äh... So, naja, ähm... Diese scheiß Ziegel. Na gut, wir beobachten das mal. Wie gesagt, wahrscheinlich muss jetzt der verbesserte Werkzeugzug erstmal eine Runde fahren. Dass sie dann wieder einmal abgeht. Oder man müsste die mit einem eigenen Werkzeugzug anfahren. Das ist halt jetzt die Frage. Aber ich würde halt gerne auch mal weiterkommen hier mit der Papiermühle. Dass wir mal hier die Schule haben. Was braucht denn die Papiermühle überhaupt? Qualität Papier braucht Holz. Na gut, Holz haben wir ja irgendwas. Oder müsste nochmal beim Thema Käse gucken. Dass man das noch ausbaut. Und Käse und Fleisch. Na gut, da ist ein bisschen was jetzt im Lager. Gut, na gut, 215 Fleisch im Lager. Wird ein bisschen weniger. Na gut, dann noch was auf Lager ist. Aber vielleicht müsste man das trotzdem, dass das wirklich mal voll wird. Bier haben wir jetzt genug. Brot könnte auch besser... Da stehen, sag ich mal. Ja gut, Brot. Da muss eigentlich bloß eine Bäckerei am Ende. Und das Weizen. Weizen ist ja... Na gut, ist auch relativ knapp. Da müsste man wahrscheinlich hier noch mehr Weizenzüge bauen. Guck mal, wie voll das hier ist. Und hier stehen sie einfach nur an die Weizenzüge. Aber warum entladen die denn das nicht komplett? Was ist denn da der Grund? Sind die 25 Sekunden zu wenig? Oh ja, sind sie... Oh, da verschwenden wir ja die ganze Zeit. Eieiei. Machen wir mal 45 Sekunden. Oh, da haben wir ja die ganze Zeit verschwendet. Dann dürfen wir uns nicht wundern. Warum das hier nicht funktioniert.